Aufgabe 2 Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter dem i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Lösen Sie folgende trigonometrische Gleichung. Wenn es um das Lösen trigonometrische Gleichung geht, muss man auf zwei Sachen achten. In erster Reihe, in welcher Bereich die Lösungen gesucht sind. Das ist hier, glaube ich, in der Aufgabenstellung ganz gut zu erkennen. Wir suchen alle Lösungen im Bereich 0 bis 2 Pi. Zweitens müssen wir uns für einen Lösungsansatz entscheiden. Und einer der häufigsten Ansätze zur Lösung von Gleichung ist natürlich der Satz vom Nullprodukt. Und auch hier, wenn wir uns unser Term genauer anschauen, erkennen wir, dass diese zwei Terme beide was gemeinsam haben. Und zwar dieses Cosinus von x. Aus diesem Grund klammern wir diese Cosinus x aus und wenden wir den Cosinus x aus. Also, dann Cosinus x nach vorne ziehen. Dann bleibt beim ersten Term nochmal das Cosinus x stehen, weil es im Quadrat ist. Und beim zweiten Term, wenn wir das Cosinus wegnehmen, bleibt natürlich nur noch die 2 stehen. Und das Ganze soll 0 sein. Nach dem Satz vom Nullprodukt können wir jetzt jede Seite dieses Produkts 0 setzen. Das wird in erster Reihe haben wir Cosinus x ist gleich 0 und die zweite Möglichkeit wäre Cosinus x plus 2 ist gleich 0. Spätestens an dieser Stelle merkt ihr, dass die Rechnung ohne den Taschenrechner nicht weitergeht. Und wir sehen nun mal den Teil ohne Hilfsmittel. Aus diesem Grund setzt die Lösung dieser Aufgabe voraus, dass ihr die Schaubilder für die Sinus- und die Cosinus-Funktion für mindestens eine Periode auswendig kennt. Ich habe sie jetzt beide hier rechts abgebildet, obwohl wir natürlich nur die blaue, also nur die Cosinus-Funktion brauchen. So, wie kann man die verwenden? Wir suchen jetzt, wenn wir jetzt die linke Gleichung betrachten, die passenden x-Werte dafür, dass die Cosinus-Funktion in diesem Bereich 0 wird. Wenn wir die blaue Kurve anschauen, dann merken wir ganz einfach, wir haben einmal hier bei Pi halbe eine Stelle, wo die Cosinus-Funktion 0 wird. Und einmal hier bei 3 Pi halbe oder 3 halbe Pi. Deshalb sind das auch gleichzeitig unsere Lösungen. Also x1 wäre dann entsprechend Pi halbe und x2 sind dann 3 Pi halbe. Genau mit der gleichen Taktik versuchen wir es auch auf der rechten Seite. Das bedeutet, wir bringen erstmal die 2 mit minus 2 rüber. Dann haben wir Cosinus x ist gleich minus 2. Allerdings ergibt sich hier ein Problem. Wenn wir uns diesen Wert minus 2 an der y-Achse vorstellen, dann wäre es ungefähr hier. Das bedeutet, da kommt die Cosinus-Funktion niemals an. Also minus 2 ist außerhalb des Wertebereichs. Deshalb gibt es für die zweite Gleichung oder für den zweiten Ansatz keine Lösung. Die Lösungsmenge würde dann nur aus den ersten zwei Lösungen bestehen, und zwar Pi halbe und 3 Pi halbe. Damit wäre die Aufgabe schon erledigt.